Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Geocraft. Zehn Minuten zu spät habe ich gemerkt, dass OBS gar nicht aufnimmt. Deshalb ging es im letzten Part an der Schwanzenstelle, hatte ich das Ganze beendet und habe jetzt das alles schon gebaut, nur es wurde nicht aufgenommen. Jetzt läuft die Aufnahme aber. Meine Güte, wollen mich alle mal dieses Aufnahmeprogramm verarscht in echt. Ich glaube, das ist geplant, dass es ab und zu mal nicht aufnimmt. So, was ich gemacht habe, ist folgendes in der Technik. Ihr seht, ich habe einen neuen Wasserstrom hinzugefügt, habe den hier angeschlossen. Jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, schaltet sich dieser Wasserstrom erstmal aus. So, dann passiert folgendes, guckt gut hin, Achtung, zack, und dann schaltet sich dieser Wasserstrom wieder an. Hä, was soll das denn jetzt in The Geocraft? Das verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt nochmal mir einen Amor-Stand nehme, wo ist er? Da ist er. Und ich setze mal den Amor-Stand hier hin. So, jetzt müssen wir einen kurzen Moment warten, bis hier dieser Kondensator entladen ist. Dauert immer ein bisschen. Hm, 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 hm. Das ist ganz schön lange. Ich beschleunige es. So, also, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, was ist folgendes, der Amor-Stand fällt hier runter. Und ihr seht, der Amor-Stand wird jetzt hier langsam heruntergebracht bis hier hin und wird dann nach oben geworfen. Das funktioniert ja alles ganz prächtig soweit. Und jetzt bleibt er hier oben stehen und sobald hier unten dieser Kondensator dann angeladen ist, fällt er wieder runter. Und diesmal wird er dann weiter transportiert, wie ihr seht. Das funktioniert nämlich ganz wunderbar, dadurch, dass wir diesen anderen Wasserstrom haben. Und der transportiert nämlich jetzt den Amor-Stand weiter. Und das war Grund und die Idee dafür. So, jetzt gerade muss ich den Kassenautomaten bauen. Den bauen wir gerade hier an. Das heißt, hier, also da war ich gerade stehen geblieben, als ich gemerkt habe, oh, guck mal, OBS nimmt gar nicht auf. Hä, 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 hä. So, und erstmal gibt es jetzt hier den Output, also der Verdienst. Der dann ins Lager gebracht wird. Kostet hier ein Emerald. So, und zack. Einige von euch haben gesagt, ey, The Joe Craft, beim Hotel, äh, du sagst ja als Währung, man zwei Emeralds kostet die Suite im Hotel. Und wenn man sehe, Job hat und sich die verdient, ja, was dagegen? Ist doch nicht schlimm, also an die Leute, die das gesagt haben. Es ist auch schön, wenn man sich eine Suite verdient. Das heißt, ich arbeite quasi für zwei Emeralds und kriege dann eine Suite im Hotel. Also deshalb, ich finde das voll okay, den Preis. Weil die Suite ist jetzt auch, die ist einfach nur ein etwas größerer Raum, aber hat die gleiche Ausstattung. Also deshalb, ruhig bleiben, ne. Ähm, weil da einige sagten, das ist unfair. Ich sehe, ich finde das voll fair, um ehrlich zu sein. So. Gut, dann. Kasomat. Kasomat. Bauen. Dann bezahlt ein Emerald. Und bekommt sein Kleidungsstück. Und der Kasomat muss sich aber sperren, nachdem man bezahlt hat. Das müssen wir jetzt bauen, da kommt eine Sicherheitssperre rein. Der Kasomat, damit er, also damit immer, also damit nicht mehr gleichzeitig gekauft werden kann. Weil es kann immer nur eins gekauft werden und dann dauert das ja ein bisschen, bevor das nächste Kleidungsstück gekauft werden kann. Und damit es da keine Fehler gibt oder das System irgendwie verrückt spielt, muss sich dieses System sperren. So. Hm. Jetzt. Schauen wir mal kurz. Also damit das möglich ist, brauchen wir wieder einen kleinen Kondensator, den wir jetzt hier so hinsetzen. Der erstmal den Kassenautomat für einen Moment sperrt. Und der wird gesperrt, indem ich Strom... in den Trichter da reinjage. Also quasi hier reinjage. So. Der Strom kommt von mehrererorts. Und zwar einmal von hier soll der Strom kommen. Wenn ich jetzt hier so was so hinsetze. Wohin setze? So hinsetze. Und zum Beispiel mal so was hinsetze. Dann geht das. Dann soll er kommen. Von hier der Strom. Und der Strom soll kommen. Von einem weiteren Kondensator. Den ich hier mal schnell einbaue. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Gut. Da ist eine ganze Menge Kondensator. Die sind nun alle so geschaltet, dass das funktioniert. Hier muss noch ein Block draufgesetzt werden. Das sieht gut aus. Das sieht richtig aus. Der schöne Teil war da nochmal ganz kurz. So was hier dann gesetzt werden. Okay. Wunderbar. Wenn ich jetzt bezahle mit dem Emerald. Das haben wir doch gar nicht fast gelegt. Emerald. So, zack. 64. Ich brauche gar nicht 64. Ich brauche eigentlich nur 18. 17, 18. Schupp. Und so. Funktioniert. Also sobald ich nun ein Emerald hier bezahle. Zack, gehen diese ganzen Kondensatoren an. Jetzt wird die Technik ausgelöst. Das habe ich noch nicht gebaut. Da muss ich eigentlich nur noch eine Verbindung bauen. Von der einen Seite zur anderen Seite. Das ist wunderschön. Dann muss ich mal kurz das hier nehmen. Und das zieht mal diese Technik jetzt um. Und zwar, dann gehen wir einfach mal hier entlang. Wir können uns ja nicht. Spricht ja dagegen, dass wir uns hier entlang bauen können. Auf die andere Seite des Kasomats. Äh. Genau. Mach hier alles kaputt. So. Also hier wollen wir am Ende rauskommen. Das heißt, schauen wir mal ganz kurz. Jetzt kommt es hier so hin. Es kommt da hin. So. Und so. Und so. Und so. Dann geht hier unsere Redstone-Leitung her. Die vom Kasomat kommt. Die kommt direkt hier hinten aus dem Kasomat raus. Okay. Geht hier entlang. Und wir müssen zählen. Ich glaube, das ist über 15 Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ja. Das ist über 15. Eindeutig sichtbar. So. Fertig. Und die ganze Anlage hier ist technischer Seite nun. Also die Verkaufsanlage ist technischer Seite nun fertig und funktioniert. Meiner Meinung nach. Das werden wir allerdings überprüfen müssen. Erstmal nochmal beleuchten. Allerlei Technik will beleuchtet werden. Will ordentlich beleuchtet werden. So. Gut. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Jetzt habe ich meine Emeralds gelöscht. Wie dämlich. So. Dann packe ich mal ein Emerald rein. Und noch ein Emerald kann ich nicht reinpacken. Doch, kann ich reinpacken. Aber der hängt dann hier fest. Jetzt muss ich mal korrigieren. Erstmal möchte ich sehen, dass dieser Repeater nicht ausgeht. Nein, geht da nicht. Na, also. Mein Aros-Tempel ist hingebracht. Und ihr seht, der Kassenautomat ist jetzt immer noch gesperrt. Ihr seht, dieser Repeater ist an. Das bedeutet, der Kassenautomat ist gesperrt. Na gut, ist er jetzt eigentlich nicht. Aber, den machen wir gleich. Da kommen wir uns jetzt mal drum, dass der dann auch richtig gesperrt ist. Und zwar würde das funktionieren über eine Touch, die dann hier hinkommt. Und, nein, Moment. Die Touch, die kommt hier hin und lockt jetzt so den da. Und das muss jetzt aber nochmal einmal an diesen Stellen hier verneint werden. Das ist ganz wichtig, dass das nochmal so geschieht. So, also hier. Block hin. Dann haben wir hier Stromausgang an der Stelle. Dann brauchen wir jetzt nochmal die Faggle, die ist verneint. Und, die kommt dann hier nicht rein. Geht das? Nein, das geht nicht. Wie verneine ich das? Wie verneine ich das? So, Moment. Wenn ich das so verneine. Aha. Und den Strom dann. So, ja. Das funktioniert. Okay. Ist ein bisschen crazy. Ist aber eine ganz einfache Schaltung einfach. Ach, das sage ich jetzt so. Also, so kompliziert ist es nicht. Ich werfe hier was rein. Dann laden sich diese beiden Kondensatoren hier und geben hier Strom drauf. Wodurch die Faggle angeht. Wodurch kein weiterer Emerald mehr aufgenommen werden kann. Nach einer Zeit ist dieser Kondensator aus. Aber bis dahin ist schon längst dieser Kondensator geladen. Der dann den Strom hier so lange verlängert. Und erst, wenn dieser Kondensator aus ist, also das hier aufgegangen ist, erst dann ließe sich wieder bezahlen. Und das möchte ich jetzt natürlich einmal live sehen. Sowas muss man hautnah erleben. Das ist live. So, also. Einmal rein. Emerald rein. Kondensatoren sind geladen. Und jetzt mache ich noch Emerald. Ihr seht, der bleibt jetzt hier hängen, der Emerald. So, nichts passiert, bis halt die Technik komplett fertig ist. Ihr seht, jetzt steht quasi mein Amor-Stand, steht schon hier jetzt bereit. Yay! Ja, hol die Kleider von mir. Ja, aber das ist ja so. Also der Amor-Stand wartet jetzt darauf, dass ihr euch seiner Kleider bedient. So. Und wenn er dann fertig ist, dann startet die Technik neu. Weil dann der Emerald wieder genutzt werden kann. Achtung. Gleich ist es soweit. Wir sehen hier links, öffnet sich gleich die Klappe im Video. Achtung. Wenn sich die Klappe hier öffnet. Jetzt geht der Emerald weg und das System startet neu. Macht jetzt genau das gleiche nochmal, was es gerade gemacht hat. Ja, doch. Wollte ich gerade sagen. Genau. Sieht ihr, macht genau das gleiche neu. So. Also. So. Und während das System arbeitet, wird quasi schon ein neuer Amor-Stand von oben da reingesetzt. Das neue Produkt wird da schon quasi hier präsentiert. In der Vitrine. Während ich quasi das alte Produkt schon mir noch holen kann. So. Jetzt kann ich den Laden nochmal hier abschließen. Schön. Einfaches Interface. Einfach so bezahlen. Emerald. Und du kriegst hier was. Du kriegst Kleider. Die dann gemacht worden sind. Woanders. So. Jetzt ist alles wieder bereit. Diese Abholstation, by the way, ist natürlich so konstruiert, dass man später als Spieler nicht da reingehen kann. Das ist natürlich meine Idee gewesen. Kann ich hier reingehen? Ja. Kann ich natürlich. Wie mache ich das denn jetzt nochmal schön? Tutututu. So. Nee. Okay. Würde das jetzt noch funktionieren? Nee. Ich glaube, da muss so sein. Okay. Dann kleide ich den Amos-Tent mal kurz ein. Zeige ich mal her. Gut. Dann gehe ich jetzt in Game Out. Null. Give the Geocraft Glass. Zweimal Glass. Und wir können ja alles entschieden. Emerald. So. Ich schmeiße den Emerald rein, weil ich keine Rüssi habe. Der Amos-Tent da geht runter. Weg mit dem hier. Und kommt dann eine kurze Zeit später hier hoch. Ah. Der erste, ich sage, das funktioniert jetzt deshalb nicht. Weil. Wenn ich so weit springen durfte. Das war nämlich meine Befürchtung gerade. Da muss ich ein bisschen sprunghaft Kraft haben. So. Jetzt aber müsste es gehen. Machen wir hier als Block. Ein bisschen Seelaten rein. Gut. Nächster Versuch. Versuch Nummer 2. Wir brauchen wieder ein Amos-Tent. Gib her das Ding. Und wir brauchen wieder Kleider. So. Zack. Zack, 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 zack. Und ab damit in die Vitrine. Geh mal null. Give the Jowelcraft Emerald. Wunderbar. Emerald einwerfen. Und da geht mein Kleidungsstück nach unten. Und ist nun auf dem Weg zu mir. Ui, da ist mein Kleidungsstück. Und jetzt kann ich mir hier alle Sachen nehmen. Juhu. Ich muss nicht alles nehmen. Wenn ich etwas nicht nehme, ist das nicht schlimm. Es wird ja nur das am Ende nachgefüllt, was jetzt nicht genommen worden ist. Könnt ihr verstehen, ne? So. Jetzt ist die Frage mit den, wie machen wir die Kleider? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen tatsächlich etwas, wo wir mit Farben die, also, das sind zwei Schritten, die Kleider erstellen. Das finde ich aber irgendwie... Hm. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wie ich die Technik baue, aber ich weiß nicht, wie ich es jetzt weiter baue. Das müssen wir nochmal alles entscheidend gucken. So, erstmal müssen jetzt die Kleider wieder ein... Also müssen jetzt... Muss ja erstmal wieder... Die Kleider bestückt werden. Das machen wir wie folgt. Pass mal auf, das machen wir jetzt ganz genial. Da bauen wir jetzt hier, bauen wir jetzt eine Anlage, die die Kleider wieder bestückt. Das passiert direkt, direkt hinterher. Also direkt, sobald die aus der Ladenstraße rauskommt, werden die neu bestückt. Und das machen wir jetzt hier. Da kommt nämlich jetzt hier ein Apparat, den wir jetzt bauen dafür. Der ganz einfach von der Funktion her ist... Wir brauchen ein Dropper. Moment, gehen wir hier weg. Stopp, aus. Nein, Sitz, Platz, aus. Pfui. Wir brauchen einen Dropper. Brauche erstmal Wasser. Was immer ständig fließt. Und zwar... Na doch, Schabot haben wir. Gut. Also, der Dropper kommt hier hin. Der Spender kommt hier hin. Wenn der Spender aktiviert wird, aktivieren wir. So. Der kann nun theoretisch das Item nachfüllen, wenn ein neues Item benötigt wird. So, jetzt muss es aber nur noch getriggert werden. Das ist das einzige Problem, was ich jetzt noch gerade habe. Wie trigger ich das? Ganz einfach trigger ich das. Mein Stolperdraht trigger ich das. Der hier ist, der darf aber kein Butt-Switch bilden. Das ist das kleine Problem, was ich jetzt noch habe. Deshalb müssen wir ein bisschen weiter nach da hinten gehen. Können dann von hier aus triggern. Das ist jetzt mein Trigger. Der andere Trigger kommt auf die Seite hier. So. Und so. Fertig. Jetzt machen wir noch String. Packen wir jetzt so dazwischen. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal und nochmal. Das machen wir jetzt ein paar Mal hintereinander. Da haben wir es viermal insgesamt. Ich glaube, so weit fließt das Wasser aber nicht. Das ist das einzige Problem, was ich gerade, glaube ich, habe. Das Wasser ja nicht so ganz weit fließt. Das heißt, wir können es erstmal nochmal hier. Gleiche Technik nochmal hinbauen. Dann sieht das schon mal so aus. Was ich mir jetzt folgendes überlegt habe. Also die Anlage, die ich jetzt hier gerade kaputt mache, tut folgendes machen. Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe jetzt, wir machen ja mehrere Ladeneinheiten. Das würde ich vorschlagen. Wir können ja jetzt, welche Rüstung können wir denn machen? Gucken wir mal. Da müssen wir nachher mal gucken, welche Rüstung man craften kann. Aber da sagen wir erstmal, wir kaufen Lederrüstung. In verschiedenen Farben könnte man die jetzt tatsächlich verkaufen. So. Tun wir mal so. Wir kümmern uns jetzt mal nur um Hose und Jacke. Das heißt, wir haben Hosen und wir haben Jacken. Die Jacken kommen jetzt erstmal, darf ich vorsichtig sein, dass ich hier nichts triggere. Die Jacken kommen hier rein, die Hosen kommen hier rein. So. Was jetzt passiert ist folgendes, wir haben vier Hosen da unten. Ihr seht gerade schon, genau, ich habe eine Jacke gerade gedroppt. Es wurde eine Jacke gedroppt. Ihr seht, jedes Mal, wenn ich auf diesen Ding gehe, wird eine Jacke gedroppt. Zack. Da wurde sie gedroppt. Die wird gedroppt, weil sie kann nicht aufgenommen werden. Oh, Moment. Jetzt haben sie sich vermischt. Genau, das wollte ich vermeiden. Ist ja Jacke wie Hose hier. Ne, da muss, Moment. Ne, 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 ne. Das ist suboptional. Nein, die ist hier. Ich mache hier wieder alles kaputt. So, jetzt müsste es aber wieder funktionieren. Okay, wir machen es so. Machen das. So, jetzt kümmern wir uns erstmal nur um eins. Wir machen das andere, machen wir dann später. Erstmal nur eins machen. So. Und zwar Jacken. Dann nehmen wir das erste. Nehmen wir, ne, Helme. So. Wir sagen jetzt, hier kommen die Helme hin. Pass auf. Hier unten drin. Oh, ja gut. Dann Jacken. Wenn hier schon Jacken drin sind, dann kommen jetzt hier die Jacken rein. Wenn jetzt mein Amos-Tent, den ich hier, ne, habe, so, jetzt ist er fertig, dann geht er hier runter und fährt nun über den Wasserstrom hier entlang. Und bekommt nun seine Jacke schon mal aufgesetzt. Ist gut, ne? So. So. Aber die Idee ist jetzt ja noch weitergehend. Sagen wir so, ich brauche keine Jacke in diesem Laden. Ich muss ja, ich muss ja keine Jacke nehmen. Muss ich ja nicht. Ich muss ja nur das nehmen, was ich brauche. Ich nehme die Jacke nicht. Passiert folgendes. Seht ihr unten in dem Spender sind diese Anzahl an Jacken drin. Und da ist die Jacke wieder zurück. Weil die Jacke wird einfach nur gedroppt und wieder aufgesammelt von den Droppern da unten. So funktioniert es. Genau das macht die Technik. So füllt sie quasi die Amos-Tents wieder nach. Okay. So. Jetzt ist noch die Frage, sollen die Kleider bunt sein? Ja oder nein? Mit dem bunt machen. Das Problem ist, es müsste ja ein Arbeitsschritt sein. Jeder Arbeitsschritt ist viel Arbeit. Für mich den zu bauen. Deshalb würde ich sagen, nein. Es ist, äh, es gibt nur eben halt dieses eine Layout. Wir können ja sagen, dass sie tatsächlich in einer speziellen Farbe ist. Aber die Frage ist, welche Farbe? Das heißt, ich kann ja färben. Ich kann die Kleider ja färben, indem ich glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die mit dem zu färbenden Item in ein Crafting-Table werfe. Und genau das muss ich nochmal ganz kurz überprüfen. Wenn ich nochmal hier den Crafting-Table hinstelle und jetzt mal hier das reintue. Welches zu färbende Item hätten wir denn zum Beispiel? Es muss ja ein Item sein, welches zum Beispiel, äh, nicht zum Beispiel. Ich sage so, jetzt ist so viel Beispiel. Also Leder haben wir genug. Das heißt, wir können genug Kleider erfärten. Aber wie färben wir die nun? Die müssen nun irgendwie gefärbt werden. Es braucht irgendein Item, welches hier unter den Items liegt, mit dem wir das färben können. So, und rote Beete. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit rote Beete färben kann. Dann ist jetzt die Farbe des Bunkers rot. Oder? Lass mal gucken, lass mal gucken, lass mal gucken. So, rein damit. Nein, dort. Zack und zack. Und nein, das funktioniert nicht. Ähm. Wie färbe ich Kleider? Okay, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich Kleider färbe. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Und zwar, indem ich einfach mal es google. Also, Minecraft Kleider färben. So, da gibt es bestimmt ein Crafting-Färben. Das ist offizielle Minecraft-Wikibi. Da gucke ich immer nach, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Aha, 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 aha. Aha, hier sehen wir, wie ich färben kann. Jetzt sehen wir auch hier eine Animation, was ich färben kann. So. Eine Animation. Jetzt sehen wir alle Items, mit denen ich es färben kann. Aber ich gucke gerade hier hin, wo mein Mauszeiger ist. Was ist denn dabei, was wir kriegen können? Farbstoff. Kakaobohnen. Kakaobohnen. Wir merken Kakaobohnen. Was gibt es bestimmt noch mehr als Kakaobohnen? Tintenfisch, ja, das ist cool. Tintensäcke sind eigentlich cool, wenn man die nehmen könnte. Knochenmehl könnte man auch nehmen. Könnte man weiß. Okay, pass auf. Dann stelle ich euch jetzt vor eine Frage. Das müsst ihr da mal entscheiden. Oder sonst, weißt du was, sonst mache ich das eventuell. Das müsst ihr und ich entscheiden. Oder wir entscheiden es jetzt. Was ist cooler? Denn beides kann ich machen. Tintenfischsäcke kann ich eine Farben für machen, die mir Tintenfischsäcke gibt. Und Knochenmehl kann man ja selber craften. Knochenmehl ist ja einfach nur... Hier, Knochen haben wir auch genug. Moment, haben wir auch Knochen genug. Stopp, Moment. Die Knochen sind kein konstantes Item. Die Knochen werden nicht konstant erzeugt. Wir müssen Items nur, die konstant erzeugt werden. Okay, dann machen wir folgendes. Wir bauen eine Tintenfischfarm. Geht das überhaupt? Da muss ich mal gucken. Da werde ich mich jetzt informieren in nächster Zeit, ob es möglich ist. Aber dann nehmen wir zum Beispiel Ink. Ansonsten machen wir Kakaobohnen. Inkseck? Wie ist es noch? Ink. So. Nehmen wir das mal und nehmen wir Kakao. Die heißen ja alle. Chocho hießen die. Koko. Kakao. Choco. Choco. Chocolat? Ach, ich weiß nicht. Wir müssen nur gucken, wie das... Jetzt gucke ich einfach, was sieht besser aus. Was sieht besser aus? Was sieht cooler aus? Eine Möglichkeit wäre für die Bunker-Outfit das hier. Alternativ wäre das hier. Oh, ich finde schwarz irgendwie cooler. Die Leute, die im Bunker wohnen, können sich schwarze Kleider kaufen. Das wäre eine Idee. Wir können die Kleider auch theoretisch gemischt machen, dass man bunte Kleider kaufen kann und das immer durch Zufall ist, was man bekommt. Das wäre ja auch noch eine Idee. Das heißt, man muss nicht immer... Ja, das heißt die... genau. Die Kleider in der Herstellung wird durch Zufall eine Farbe entschieden. Aber dazu bräuchten wir ja viele verschiedene Farbmöglichkeiten. Dazu bräuchten wir erstmal Blumen und sowas. Und das ist... Na, ich lasse mir was einfallen. Ich lasse mir was einfallen. Liebe Leute, macht's gut. Bis bald. Und Endcard nicht vergessen. In diesem Sinne. Leute, macht's gut. Bis bald. Und ciao. Bis bald. 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 Bis bald.